Nein! 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 Yo Leute, willkommen zum neuen Live-Kommentary. Ich bleibe mit... ...bubububububububu... ...mit der HN und dem... BSA-Teil MMS-Vizier. Habe mich ein bisschen darin verliebt und deswegen nehmen wir das jetzt mal. Ja, überhaupt nicht gespielt in letzter Zeit, weil Schule fiel und so. Aber das sollte jetzt wieder besser werden und dann kommen vielleicht doch wieder mal ab und zu ein paar mehr Videos. Ja, wird halt noch mehr vorkommen. Ist der da rübergeklettert, oder wie? Na gut. So. Ich geh mal hier lang. So, ich hoffe, mein Aim funktioniert noch. Ich höre ein, oh, made. Okay. Ich hoffe, mein Aim funktioniert noch nach der längeren Pause. So lang war es jetzt auch nicht. Und meine Spielkenntnis. Oh. Oh, danke schön. Nein. Kommt doch gleich von hier, oder? Das ist doof. Ah, sowas meinte ich. Genau solche Rebellen. Ich spiele übrigens mit dem Hellstorm. Mit der Hellstorm. Oh. Dem Hellstorm, ja. Okay, Moment mal. Den machen wir auf cool. Ja. Ah. Ich dachte gerade, ich hätte mich selbst gekillt. Für so einen kurzen Moment. Nee, 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 nee. Tschüss. Ich kann es so vergessen, dass ich da jetzt hingehe. Und sterbe. Obwohl ich doch ganz safe meinen Orbi machen kann. Das geht doch noch, das Spiel. Ich verstehe gar nicht, was... Oh, es geht doch nicht mehr. Der Grunner, ich tose gar nicht. Geh mal kurz. Das war jetzt doch ein bisschen zu viel. Das gibt es so, das springt das runter. Ja, okay. Hi. Noch ein Assust. Und mal. So. Ja, geht doch noch, oder? Kann man noch anbieten. Noch eine Hellstorm. Nein, die lasse ich mal noch. Ich will lieber erst mal ein paar Kills haben. Ah, ah. Da kommt einer. Hehe. Okay. Ich habe dich doch gesehen, mein Freund. Oh, die sind schon nachgiebig. Mal dich wieder auf. Wenn ich jetzt Optimist wäre, könnte ich sagen, ich könnte einen Player machen. Und das versuchen. Warum eigentlich nicht, ne? Oh. Blood Aim. Scheiße. Nein, ich sterbe jetzt nicht eins von Nuklear oder so. Nee, nee. Jetzt lasst wir ihn dann nicht mehr nehmen. Dirk, mate. Danke, mate. Das sind immer so die netten Mates, die sich gern opfern vereinen. Ah, scheiße. Das oben. Nein. 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 AHHHHH MMMM Aktualisierten Zeitplan an Gefäßstand AHHHHH RAKETE ABGEFEIERT AHH Nicht geiern AHH NOOIN NEEIN Was für 2 Tode? WTF Ah, ich wurde gekillt beim Lothen AHHHHH AHHHHH Ja, Stop Wallhack S T F U AHHHHH Naja Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Total, ja, geil Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen Ja Bis dahin Was ist das? Bis dahin Bis dahin D D D D D D D D D Bis zum nächsten Mal.